Ich bin Biologe, aber ich arbeite auch als Forschungstaucher und als Unterwasserfotografin. Und jetzt in dem Film, den wir gleich sehen, bin ich eben der Moderator für Terra-X. Ich bin von ZDF vor mittlerweile vier Jahren gefragt worden, ob ich als neuer Moderator für solche Wasserthemen zur Verfügung stehe. Und die ersten beiden Themen, die haben weltweit gespielt, also auch im Pazifischen Ozean und im Indischen Ozean. Aber dann lag es nahe, dass wir mal was machen über unsere heimischen Gewässer, weil ich eben als Meeresbiologe und Forschungstaucher auch bei uns in den heimischen Gewässern sehr häufig unterwegs bin und wir dann einfach unsere eigenen Arbeiten auch zeigen konnten, um die heimischen Gewässer mal nach vorne zu bringen. Ich finde es großartig, weil wo wäre der Film besser geeignet über die Ostsee als hier in Kiel, wo ich eben auch studiert habe und wo unser Boot liegt und wo wir eigentlich auch immer unsere Expedition starten, wenn es hier in die heimischen Gewässer gehen soll. Ich bin ein ganzes Witz. 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 Ich bin ein ganzes Witz.